Du hast es halt extrem gut was Bosskämpfe angeht, über längere Zeit, umso mehr die sozusagen im Spiel ist, umso mehr Damage macht die auch. Und dann hast du... Moran habe ich drin, weil ich die halt hab, die Stufe 1 und auf... Ja ja, Moran habe ich sowieso schon drin, weil sie haben... Die macht Ultra Damage. Und für den... Und für den Turm ist sie auch zu bezüglich verleihen. Mario Jackson? Wat? Jetzt ist es los. Mario Jackson. Ja, hinterfrag's nicht. Okay, also, warte, was hast du jetzt hier? Moran, Mas, Anis... Was hast du noch gesagt? Late Privatia und was ist die fünfte? Äh, da hab ich die aus dem Sommer Event, die Stufe 1 Heilerin, die andere drinne. Ah, Mary. Ja, 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 weil das ist halt mein Heiler dafür, weil die macht echt gut Heilung. Du unterstützt zwar halt nicht das Team, grundlegend, aber die heilt halt extremst gut. Okay, äh, was hab ich denn sonst noch, ähm... Dicks! Da warnt einer, hau mir ab damit! Elektrizitätsunit. Ja. Ja, Neuss halt, Rosanna. Ähm, was hab ich noch gelevelt? Naga, ja stimmt. Maiden, Biscuit, Isabelle... Naga hab ich halt in meinem Main-Team, deswegen hab ich die ja nicht im Elektro-Team drin. Ja, Naga ist bei mir nicht im Main-Team, deswegen könnt ich sie ja benutzen. Ja, ich hab halt Naga und Crown-Kombi. Ja, 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 ich hab Alice reingemacht. Okay, Alice, ja gut, die ist auch nett. Ja, Alice heilt ja pauschal alle, also... Oh, gerade hier drin! Die, die, die Bunny Alice heilt ja die ganze Zeit alle, deswegen hab ich dauerhaft den Bach von Crown. Okay. Oh, hallo! Pfff! Entschuldig, oh Gott! Außerdem hab ich da ne zweite Level 1, so Naga ist halt immer so, ja Naga ultet halt nie. Ja. Da sag ich halt so, ja okay, scheißegal. Oh Gott! Relativ platte, ob's jetzt da ist. Oh Gott! Oh Gott! Ich und die Nurse, ey. Oh, ich hab Naga! Oh, okay, halt nur kurz... Oh, okay. Bin wieder da, WB, Franzi! Soll ich die wieder hochziehen? Spielt der Pokémon? Was, Pokémon? Keine Pokémon? Nein! Nein! Ich muss gerade ziehen! Nein! Aber jetzt kann ich... Es geht gerade schlecht mit hochziehen. Oh, ich wurde angefasst! Aber da kann ich die ziehen? Wie? Müsstest du eigentlich? Wo ist sie? Oder... Pokémon Kamesin? Äh, ich wisst es jetzt. Sie hat nur im Chat geschrieben, dass sie wieder da ist. Ich wisst halt nicht, ob sie schon unten in... ... in... ... in... ... in... ... in... ... oder? Willst du nur zuschauen, Franzi? Oder willst du nochmal jenst wie Runden mitmachen? Ich kann halt nur... Also ich kann jetzt nicht die vollen drei Stunden machen, weil ich muss wieder essen. Das mit Nachtschicht zusammen, ne? Genau, lass knallen! Vor allem, Harco hat mich dann schön wieder wachgehalten, der hat immer schön eine Gude voll gekotzt. Gut, dass er auch nicht zu essen gehabt hat, früher weil er keinen Bock hatte, keinen Hunger wirklich. Go, 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 go! Okay, wurde schon abgehakt. Ja, Mann, da ist noch einer. Oh, oh, okay. Okay, bei ihr haben sie gesagt, nee, das geht nicht, okay. Interesting, interesting. Schau mal hoch! Willst du dir irgendwann ein 3D-Model? Ich hab keine Werte. Okay, dann mach ich gleich... Also ich bin eigentlich dabei, dass ich sage, ich bleib bei 2D. 3D kann in gewissen Fällen schon cool sein, aber ich bin halt mehr der 2D-Fan, was das angeht. Hast du nicht ein 3D-Ding, was du im VR-Chat benutzt? Ich hab jetzt bekommen, aber das benutze ich nicht wirklich. Ach so, okay. Auf einmal DVD updaten kannst, dann ziehen, wenn du... Mal gucken, wie lange die Runde noch geht. Kannst du nicht schnell rauskarten? Weil, wie gesagt, die Platz haben leider. Äh, okay. Ich mach mal weiter, ne? Dann könnte man eine Sportübung sehen? Ja. Einmal diese Sportübung. Von wie die Jägere mich eh nicht interessiert hat. Das ist nicht für mich, äh... Der hinten... Ich glaube, der verreckt. Nicht mein Problem, ich bin hier oben! Dafür kann ich nichts. Ich kann da nichts! Der war neben meinem Rücken. Ich hab den jetzt gesehen, das würde ich sowieso nicht schaffen. Und tschüss! Na, na... Bitte komm mich hoch. Na, na, na... Warum kann ich so auf die Länge? Ich stelle das ein. Hm? Beide! 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 Nooo, nooo... Ich warte erstmal hier. Ja? Mal das Fenster gucken. I save! Oh Gott! Er war da draußen, ich hatte noch eine Kiste. Äh, ich hab schon was. Achso. Mal gucken wir hier so. Ja, genau. Ich spiel kein DVD, deswegen... Das ist absolut. Weiß ich's nicht. Äh... Ich weiß das buntlegende Prinzip von DVD, aber ich spiel's halt selber nicht so. Oh no. Hä? Ist die blöd, ey. Ist die blöd, Mann! Oh mein Gott. Na gut. Ich hab gedacht, die hab ich gesehen, deswegen ist die her, aber no, anscheinend nicht. Uh, perfekt. Du bist grad bei mir, ne? Ich bin echt nicht eigentlich, wenn ich hier drin bin, während du grade streamst. Nicht unbedingt. So darfst du nicht noch mehr werden? Okay. Das ist halb so wild. Okay, Bäder sehen wir, das ist nice. Bin ich hier alleine, oder? Guck mal, ich muss ein Gem machen, ne? Okay, wurde schon gerattet, nice. Das kommt typisch so nachher, ey. Ach, Scheiße, ich muss mich verpieseln langsam. Verpiebeln. Warte aufs Zeit bleiben. Oh no, der bringt die mit dir. Oh Gott, ich hänge, ich hänge, ich hänge. Schön, slow motion weg. Schön, dass ich außer Reichweite bin, wenn die das Ding kicken. Äh... Warte noch, Junge! Äh, okay, die rennen da nicht hin. Okay. Okay. Geh halt auch wieder ran, ja? Die kommen jetzt her. Hallo, Wander. Okay, jetzt sind wir dahinter? Mensch. Wir sind wohl Fläche, hä? Vielleicht nicht mehr. Beine! Okay. Uh, hat er durchgezogen, oder was? No. Ja. Oh, nice. Was? Wie? Was? Ich hab nicht gesehen, dass da noch einer ist. Ich hab mich extra versteckt, weil hier das Tor war. Mach mal auf, hä? Oh, du weißt, jetzt ist schon wieder um... Alex! Der Alex ist umgefallen. Oh, ich liebe rotes Licht. Guck, 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 guck! Nein! Verflucht! Ah, hängt mir das her. Obwohl, jetzt zweite Mal. Ah, guck mal, Alter, mir hängt noch einer. Zulich, da wieder. Awww. Oh, oh, das wird jetzt interessant. Hä? Oh, ich mein weg, im Pondo! Äh... Nicht gut. Hallo? Und die Jägerin... Du willst mich verarschen. Du willst du die Jägerin. Oh, das ist der letzte Typ, ne? Die anderen sind schon raus. Wo rennt der denn hin, Mann? Ich bin im Arsch, ich seh das schon. Ach, kriegst du ja nicht los. Nee, 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 der rennt da ansonsten wohl. Er war nach Rai rum. Oh, oder hier hängt noch einer mit mir zusammen, so denkt sie so. Hier haben wir uns noch einen. Gut, wir beißen dann mal ins Gras. Na gut, passiert, ne? Eine Runde können wir dann wahrscheinlich noch machen. Ups, ups. Na gut, zeitgleich. Zeitgleich ins Gras gebissen. Was gibt's? Zeitgleich ins Gras gebissen. Das ist auch eine schöne Aussage, weißt du? Irgendwie, trotzdem keine... Okay, die Runde keine Punkte. Ja, egal. Und da fragst du einfach nicht so, warte mal, wie ziehen wir die Franzi hoch? Für eine Runde. Ja, ich... Einfach geklaut. Einfach geklaut. Also du hast mich einfach hochgezogen. Ich war grad noch bei Patrick und...